Hallo und willkommen zu unserem heutigen Thema, der Evolution der Autoscheinwerfer. Denn seien wir ehrlich, die kleinen Lichter an unserem Auto haben eine lange und beeindruckende Reise hinter sich. Früher hatten Autofahrer ja wirklich noch Mut. Stell dich vor, ihr fahrt nachts durch den Wald und habt nur eine Kerze als Lichtquelle. Ich meine, was könnte da schon schief gehen, oder? Zum Glück hat sich einiges getan. Dann kamen die elektrischen Scheinwerfer und machten das Fahren bei Nacht etwas weniger abenteuerlich. Es war wie der Übergang von einem Blaggerfeuer zu einer Taschenlampe. Immer noch nicht perfekt, aber ein gewaltiger Fortschritt. Und heute? Heute haben wir Scheinwerfer, die fast schon ein eigenes Gehirn zu haben scheinen. Sie passen sich automatisch an, leuchten weiter als je zuvor und machen das Fahren nachts zu einem Kinderspiel. Die einzige Herausforderung besteht darin, nicht von den tollen Funktionen abgelenkt zu werden. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam herausfinden, wie sich die Scheinwerfer von ihren bescheidenen Anfängen bis zu den Hightech-Lichtern entwickelt haben, die wir heute kennen. Es wird ein leuchtendes Abenteuer. Das ist ein leuchtendes Abenteuer. Das ist ein leuchtendes Abenteuer. Stellt euch vor, ihr sitzt um 1900 in einer euch bis aufs Mark durchschüttelten Kutsche, bewaffnet mit nichts anderem als einer Carbidlampe. Diese wappelhaften Apparate erzeugten Licht durch die chemische Reaktion von Calciumcarbid und Wasser. Ja, das ist richtig. Eine wissenschaftliche Zaubershow direkt vor eurer Nase. Wartung war das Stichwort. Es war das hellste, was man damals bekommen konnte. Funktionierte super, solange man ein ganzes Chemielabor an Bord hatte. Prominente Vertreter dieser Abbraucher sind es zum Beispiel der Benz Patent Motorwagen Nummer 3 oder das Cadillac Modell A. Dann kam der große Moment. Elektrische Glühlampen. Cadillac setzte 1912 in den Marschab, als sie mit dem Modell 30 die ersten elektrischen Scheinwerfer auf den Markt brachten. Kein Getüftel mehr mit Chemikalien. Nur einfache Glühbirnen, die von einer Batterie gespeist wurden. Einfach rein drehen und fertig. Die Innovation war so revolutionär, dass die Leute dachten, sie hätten den Sternenhimmel direkt vor sich. Ein weiterer durchaus prominenter Vertreter dieser Epoche war zum Beispiel das Ford T-Modell, welches ja bekanntlich die Massenproduktion am Fließband salonfähig machte. Glühbirnen blieben über viele Jahrzehnte das Nonplusultra der Straßenausrichtung in Automobilen. Erst in den 60er Jahren begann die Automobilindustrie Halogenlampen im großen Umfang zu nutzen, die eine höhere Lichtausbeute und eine längere Lebensdauer boten, außerdem ein helleres und weißeres Licht als herkömmliche Glühlampen aufwiesen und dank ihrer kompakten Bauweise flexiblere Designs ermöglichten. Diese Art von Leuchtmittel wurde zum Beispiel in der 3-Serie von BMW, genauer gesagt im E30-Modell verbaut oder aber auch in späten Serien des 1er Golf. Xenon-Lampen, die Strahlenkanonen, das Blitzgewitter im Mini-Format in Glühbirnenform, die dem Auto den Look eines Raumschiffs verleihen. Willkommen in den 90ern, als Autoscheinwerfer in den Weltraummodus schalteten. Xenon-HID-Lampen brachten das Glühen auf ein völlig neues Niveau. Gaseinladung, Xenongas und elektrische Lichtbögen. Das Ergebnis, ein Licht, das so weiß und hell war, dass es die Sterne am Himmel erblassen ließ. Xenon-HID, also High Intensity Discharge Lampen, erzeugten Licht durch einen Lichtbogen, der zwischen zwei Elektroden in einer mit Xenongas gefüllten Röhre brennt. Das Xenongas sorgt dafür, dass die Lampen sofort hell leuchten, während der Lichtbogen eine viel höhere Lichtausbeutung hat als herkömmliche Glühlampen. Die Vorteile dieser Technik liegen auf der Hand. Sehr helles, weißes Licht, das Tageslicht ähnlich ist, längere Lebensdauer, höhere Energieeffizienz, sowie, ganz wichtig für die allgemeine Sicherheit, bessere Ausrichtung und Sicht bei Nacht. Voxenon-Licht ist, da ist auch Schatten. So sind diese technischen Glühwimmchen teuer in der Herstellung sowie im Austausch. Die viel komplexere Technik erfordert nicht selten spezielle Vorschaltgeräte und solche Lichter können bei suboptimaler Ausrichtung andere Fahrer blenden. Apropos Fahrer. Die Fahrer des Audi A8 oder der 7er Reihe von BMW ab dem Modell Jahr 98 konnten sich über verbesserte Licht- und Sichtverhältnisse freuen. Jetzt wird es futuristisch. LEDs, die leuchtende Zukunft der Autoschneunwerfer, betraten ab den 2000ern die Bühne. Diese kleinen Wunderwerke erzeugten Licht durch den Fluss von Elektronen in einem Halbleitermaterial. Klingt wie Science-Fiction, oder? Energieefficient, langlebig und unglaublich vielseitig. Eines der ersten Fahrzeuge mit Voll-LED-Scheinwerfern, das die Art und Weise, wie wir Scheinwerfer wahrnehmen, revolutionierte, war ein weiterer Vertreter aus dem Hause Audi, nämlich der R8 mit seinen unverwechselbaren LED-Tagweilichtern. Ein echter Game-Changer. Oder um mal über den Tellerrand hinauszuschauen, nach Japan, da war es der Lexus LS. Wir sind bei den Laserlichtern angekommen. Ja, richtig gehört, Laser. Unter anderem haben die Ingolstädter und die Münchner diese Star Wars-Waffen im Mini-Format in ihren Fahrzeugen eingesetzt. Laserstrahlen, die auf einen Phosphorkristall gerichtet werden, um Licht zu erzeugen, das so hell ist, dass man meinen könnte, die Nacht sei zum Tag geworden. Unglaublich kompakt, stark und bringen Licht in die Dunkelheit. Als eines der ersten Serienfahrzeuge mit Laserlichttechnologie, das die Zukunft der Scheinwerfertechniker einläutete, verbauten die Münchner im BMW i8 diese neuartige Technologie. Und was bringt die Zukunft? Intelligente Scheinwerfer, die denken können. Mit Kameras und Sensoren ausgestattete Systeme, die sich automatisch an Fahrbedeckungen anpassen. Wir können gespannt auf die Zukunft sein. Laser-LED-Hybride könnten das Nonplusultra sein. OLED-Rücklichter hingegen wären so schick, dass die Autos von morgen auf dem roten Teppich stehen könnten. Ein deutscher Vertreter dieser wortwörtlich wegweisenden und zukunftsorientierten Technologie ist der Porsche Taycan. Mit innovativen LED-Matrix-Schneinwerfern und einer OLED-Rückleuchten-Technologie, die Design und Funktion perfekt kombinieren. Die Evolution der Autoschneinwerfer zeigt eindrucksvoll, wie technologische Innovationen unsere Sicherheit und den Komfort beim Fahren stetig verbessert haben. Von den bescheidenen Anfängen der Cabitlampen bis hin zu den hochmodernen Laser- und LED-Systemen haben Autoscheinwerfer nicht nur unsere Straßen erhält, sondern auch einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung des Automobils geleistet. Und so fahren wir voller Zuversicht in eine strahlende Zukunft, in der die Nacht nie wieder ein Hindernis sein wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017